Wir sind gesetzlich verpflichtet, dass alles, was wir hier aufführen, ausgewogen ist. Heute Abend wird es nicht zu lustig, damit nicht gelacht wird. Und es wird auch nicht zu traurig, damit nicht geweint wird. Und dann die Leute sich die Nase putzen. Und es wird auch nicht zu langweilig, damit nicht gegähnt wird. Und es wird auch nicht zu intellektuell anspruchsvoll, damit die Gehirne nicht so viel Sauerstoff verbrauchen. Uri, du weinst. Nein. Ich weiss nicht, was ich noch machen soll. Nein, I had something in my eye. Du willst mich verarschen? Ich meine, soll ich jetzt den Polizei rufen? Nein. Wir sind Freunde, das Tier. Glaubst du, das Tier?